Was wissen Sie über das Sierra-Programm? Gewissenlose, mysteriöse Männer, die Sie schicken, wenn Sie offiziell keinen anderen schicken können? Die Greyman. Lloyd, du hast einen Auftrag, aufspüren und vernichten. Klingt Sparschicht, der Mann ist bekannt wie ein bunter Hund. Bist du verletzt? Mein Ego ist etwas angeknackst. Ich habe etwas, das die unbedingt wollen. Was sagt ihr, Bo? Dass sie als nächstes auf meine Beerdigung gehen. Wo gehobelt wird, da sterben eben Menschen. Du musst Lloyd sein. Was hat mich verraten? Der Porno-Balken, das alles schreit, Lloyd. Mutig. Ich werde auf Ihren Jungen ein so fettes Kopfgeld aussetzen, dass ihn selbst seine loyalsten Verbündeten ans Messer liefern werden. Jede Top-Killer-Truppe von hier bis Reykjavik wird sich um die Ehre prügel, den gefürchteten Sierra Sex zu töten. Ich kann jeden umbringen. Vielleicht nicht unbedingt jeden. Jede急. Jos, dreht. Bis zum nächsten Mal.